herzlich willkommen liebe leute zu einer neuen folge gta online so immer schön winken hier hallo liebe zuschauer und ich habe schon mal einen job gestartet der jetzt wohl gerade losgeht ein bisschen buggy gerade hintergrund ich habe ein rennen gestartet ich weiß nicht was das für ein rennen ist ich lasse mich gerade selber mal überraschen ich habe mal wieder bock ein bisschen rennen zu fahren lange nicht mehr gemacht viele heißt mission im moment gehabt okay sieht denn die karte aus erstmal die karte checken hier kann man nicht allzu viel sehen gerade irgendwie backt das hier ein bisschen rum was können wir denn alles für karren benutzen können unsere eigenen karren können wir nicht nehmen dann suche ich mir hier eine karre aus nach dem wir den cento hier los geht's schon so sagt keine ahnung ich bin mal selber gespannt der ring sagt mir gar nichts habe ich noch nie gespielt ich weiß nicht ob es vom user eine generierte bahn ist oder von rockstar eine erstellte keine ahnung das muss mich mal überraschen okay punkt zu punkt rennen vier runden okay wir befinden uns hier am flug auf und das kann ich schon mal sehen okay so ein rund rennen wahrscheinlich das auch fies wenn du unten lang fährst dann hast du schon verloren ich muss die musik mal weg weg mit der mucke oh mann okay wir sind nur zu zweit hier also die sagt mir glaube ich gar nichts die bahn es kann aber nicht sein dass wir jetzt ganze zeit nur im kreis fahren ich hoffe es mal das wäre ein bisschen low langweilig und ja jetzt geht es hier runter ach scheiße ach mir ist gerade eingefallen doch die bahn die kenne ich die habe ich mal ganz früher ganz zu anfang habe ich die mal gefahren okay hier kriegt man auf jeden fall öfter ein drehwurm so war das manchmal fährt man unten manchmal fährt man oben wo wir gerade nach unten gefahren sind das hat mich daran erinnert aber vier runden oh mein gott bisschen lang naja weil der typ der gibt auch ganz schön gas so 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 jetzt hier rein er ist und echt so ein rundkurs hier einfach nur wieder der name schon sagte serien oder die ringe oder der ring ich weiß gar nicht wie das hieß hier nutzen wir alle straßen die es hier am flughafen wohl gibt wo wo schöne ecke aber da will ich nicht gegen brettern das wird auf jeden fall ein sieg für den werden auf jeden ich meine der ist ja doch auch ein spoiler hinten drauf das kann eigentlich die sein wenn der eingestellt hat keine persönlichen fahrzeuge dann kann der auch kein persönliches fahrzeug von sich haben und spoiler gibt es nur auf persönliche fahrzeuge ich meine der teile ich auch ein centor noch wundert mich gerade bisschen ich kann mich auch ihren ich weiß es ist gerade nicht ich meine ich hätte ein spoiler bei ihm hinten drauf gesehen und sobald ich das sehen konnte konnte ich jetzt kein persönliches fahr doch ich könnte doch ein persönliches fahrzeug anwählen ich hatte ja den bullet erst am anfang da meiner bliefgrün lackierung warum habe ich denn jetzt nicht den centorno gesehen verstehe ich jetzt nicht muss man nicht verstehen okay damit habe ich mir natürlich dann ja auch die chancen genommen weil mit dem in meinem persönlichen fahrzeug der ist ja voll mega getunet und das ist jetzt hier so der kindergarten centorno will ich das mal so nennen der ist ja gar nicht getunet so wie vom berg sieht ganz geil aus nur rot erinnert mich immer ein bisschen nur an ferrari passt nicht ganz so finde ich hier ich finde der wagen der sieht eher aus wie so lamborghini sowieso schwarz passen oder so ein orange orange kurz tritt mich mal ein bisschen ja damit ich mal ein bisschen mehr rankommen an dem spieler nicht schon wieder die ecke fast schon er seht da mit spoiler werde ich nicht so ausgebrochen da fliegt mir der arsch um die ohren aber noch ist das rennen nicht beendet die hälfte schon rum halbzeit also also okay 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 aber solange der nicht irgendwo rein crash und nicht mehr rauskommt denke ich mal habe ich keine guten chancen aber wie gesagt ich habe mal wieder bock auf so ein rennen gehabt so viele heiß missionen in letzter zeit gemacht man hat echt gedacht geht ja online besteht nur noch aus heiß mission nach dem update ist ja auch relativ geil vor allem die letzte mission die ist mega die ist mega schwer aber auch mega geil da weiß man richtig was man geschafft hat wenn man die gepackt hat die hat mir gut gefallen hey was machst du denn hier boah nochmal knack knack über den ganzen körper drüber bisschen brutal dieses spiel ne ist ja auch ab 18 so leute ne ihr wisst ja ihr dürft das erst gucken wenn ihr 18 seid dann bezweifle ich dass das viele machen aber ich sag mal es gibt da es gibt wesentlich brutalere spiele wo man das schon kennzeichnen sollte da fällt mir spontan mal mortal kombat ein oder man hand vielleicht kennt das noch der ein oder andere das war auch mal ein spiel auf der playstation 2 das war auch indiziert den ersten teil ich glaube da gibt es zwei teile von das war auch nicht ohne auch ein bisschen brutal so wie viel runde sind wir denn jetzt sind wir denn schon in der dritten runde langsam ach jetzt sind wir drinnen ach jetzt sind wir drinnen das kann auch sein ansonsten müsst ihr euch mal andere folgen von mir angucken da gibt es genug geballerei ich versuche das immer abwechslungsreich zu gestalten diesmal ist es mehr so eine rennfolge hier hoppala hoppala aber im moment muss man sagen halten sich viele in den heistupdates auf als in so rennfolgen ach in rennfolgen in so rennmissionen da trifft man eher weniger leute im moment an das liegt auch hauptsächlich daran an dem heistupdate da gibt es ja auch viele neue fahrzeuge zu erspielen die auch mega viel kohle kosten muss ich sagen also da muss man schon echt lange spielen um sich die kohle zusammen zu kriegen so 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 auf ehrlichen wege ne es gibt natürlich auch andere gibt natürlich auch leute die modden und dann haben sie auf einmal so viel geld auf dem konto ah dann nimmt man sich aber selber den spiel spaß mit denke ich immer so hoppala 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 ah die kommen relativ gut durch wird immer besser auch ohne spoiler so ein bisschen in kurven aufpassen dass man gleich nicht hier wieder rausgeschleudert wird das kann nämlich schnell passieren also mal schön vom gas runter gehen bisschen mit brems arbeiten dann passt das schon das passt schon so jetzt geht es hier lang irgendwann hat man den dreh raus hier wie und wo es lang geht hier dann kennt man alle kurven und alle ecken bam schön einmal gegen boah und der wagen ne der hat schon echt gelitten vor allem die eine seite hier schönen dicken kratzer drinne so im mobil life würde so ein kratzer schon richtig viel kosten so okay persönliche bestheit das nutzt mir aber nichts wir sind immer noch zweiter wir sind von anfang an zweiter kein mal haben wir es geschafft den irgendwie über zu überholen oder so heute ne deutsch ist die schwere sprache ich wollte sagen heute wieder neue woche neue aufnahme session da muss ich erstmal wieder ein bisschen reinkommen zock natürlich auch privat noch GTA und GTA online aber nicht mehr so viel weil ich ja auch schon viele folgen aufnehme da fehlt mir einfach die zeit oh nein doch noch geschafft blöde palme hier das zieht natürlich zeit da ist der spieler auf der map zu sehen aber der ist oben drauf der hat das rennen beendet als erster wundert mich irgendwie gar nicht aber wir kommen gleich auch ins ziel so sind schon auf der zielgeraden kann man so gesehen sehen so gesehen sehen auch nicht schlecht nicht schlecht das schwächt so hier lang hier lang hier lang aber hier müssen wir rein wow 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 knapp noch die kurve gekriegt so 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 was war das denn ach ja die zeit ist abgelaufen hab ich jetzt gar nicht mehr drauf geachtet ich hab mich so auf die straße konzentriert naja kohle kriegen wir trotzdem wir nehmen alles was kommt es passt schon ich überlege machen wir noch ein rennen machen wir noch ein rennen mal gucken ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten folge von GTA online ich mache jetzt hier mal einen kleinen cut und bis dahin ciao da